Was war jetzt eigentlich mit der Party von Prinz Markus? Ich habe es euch davor gesagt, es wird die verrückteste Halloween-Party in Dubai. Und das war sie dann auch. So verrückt, dass mir das Video am selben Abend noch rausgenommen wurde. Die Location war seine neue Villa. Hier seht ihr den Pool. Es hat ausgesehen wie in einem Horrorfilm. Sogar seine Autos waren dekoriert. Das war Prinz Markus sein Kostüm. Die ganze Villa war einfach so dekoriert. Und warum wurde jetzt mein Video blockiert? Weil ich einfach zu viele Pfirsiche gefilmt habe.